Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dass es etwas abstrakt wirken kann, über elektromagnetische Strahlen zu sprechen, habe ich mal so ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht, damit wir auch alle wissen, worum es hier geht. Liebe Zuschauer auf der Tribüne und auch im Netz, heute ist ein großartiger Tag. Ein Etappenziel einer langen Reise wurde erreicht. Freifunk ist im Landtag, dem höchsten demokratischen Gremium des Landes NRW, angekommen und somit spätestens ab heute ein fester Teil der Gesellschaft. Bereits im Oktober 2014 stand ich hier und erzählte über die Geschichte des Freifunks, über all die wunderbaren Menschen, die bereits seit Jahren viel Herzblut, Zeit und nicht zuletzt Geld in dieses Projekt investierten. Getrieben werden Sie alle von einer Vision, einer Vision eines freien, unabhängigen Datennetzwerks, fest in den Händen vieler Individuen und somit in den Händen der Allgemeinheit. Freifunk ist digitale Allmende. Fern von kommerziellen oder staatlichen Interessen, resistent gegen Zensur und Manipulation, ja man könnte sagen, Freifunk ist ein Garant für unsere Demokratie. Und mit diesem Antrag öffnen wir den Freifunkerinnen und Freifunkern neue Türe und Wege und darauf bin ich sehr stolz. Dankbar bin ich den rot-grünen Regierungsfraktionen, die sich für diese Idee nicht nur begeistert haben, sondern letzten Endes auch bereit waren, diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Ganz besonders herzlich möchte ich mich beim Herrn Schneider bedanken, der diese Idee in seiner Fraktion beworben hat und beim Herrn Bolte, der glaube ich nicht so viel Mühe in seiner Fraktion hatte, diese Idee zu bewerben. Mit diesem Antrag verpflichtet sich die Landesregierung Freifunkinitiativen, den Zugang zu Dachflächen der Landesimmobilien zu ermöglichen, Aufklärungskampagnen in den Städten und Kommunen zu initiieren und nicht zuletzt dieses Engagement vieler Ehrenamtlicher finanziell zu stützen. Aber es wäre jetzt falsch und fahrlässig, als Politik die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja macht mal. Denn mit dieser Entscheidung hat die Gesellschaft auch Verantwortung für diese noch sehr junge und sehr verletzliche Bewegung übernommen. Und während wir uns hier in NRW über Freifunk freuen und die Freifunkenden in höchsten Tönen loben, droht auf Bundesebene ein Ungemach. Mit der Novellierung des Telemediengesetzes und den vorliegenden Gesetzesentwürfen würde die Freifunkbewegung großen Schaden nehmen. Liebe Landesregierung, liebe Fraktionen von SPD und Grünen und vielleicht auch den einen oder anderen von der CDU, lassen Sie im Bundestag nicht zu, dass die Freifunkbewegung durch diese unsinnigen und unnötigen Regelungen ausgebremst oder sogar gestoppt wird. Und leider muss ich an dieser Stelle auch nochmal ein spezielles Wort in die Richtung der SPD richten. Denn mit dem Ja der Delegierten zur Vorratsdatenspeicherung beim SPD-Konvent am letzten Wochenende haben Sie nicht nur in Ihrer Partei ein bürgerrechtliches Desaster angerichtet, sondern schaffen eine Grundlage dafür, dass bürgerschaftliches Engagement des digitalen Zeitalters, so wie Freifunk es ist, überhaupt nicht entstehen kann. Meine Damen und Herren, liebe Sozialdemokraten, bitte besinnen sich wieder auf Ihre sozialdemokratischen Werte und hören Sie auf, mit Freiheits- und Bürgerrechten zu spielen. Die Digitalisierung bietet viele Chancen und Möglichkeiten. Wir werden noch alle viel lernen müssen, damit überhaupt umzugehen. Die Freifunkbewegung wird lernen müssen, welche Verantwortung sie für das eigene Werk trägt. Und sie wird lernen müssen, sich auf politischer Ebene zu bewegen und lernen müssen zu wachsen, ohne dass dabei Wissensmonopole und Hierarchien entstehen. Ein niedrigschwelliger Wissenstransfer wird dabei essentiell wichtig sein. Aber auch die Politik wird lernen müssen, dass Freifunk viel mehr ist als nur gratis-Wählern. Sie wird lernen müssen, damit umzugehen, dass diese Bewegung Medienplattformen und Strukturen schafft, die wir uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Und wenn wir schon beim Lernen sind, vielleicht augenzwinkernd, auch die Grünen werden lernen müssen, dass man mit einer grün bemalten Fritzbox keinen Freifunk machen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freifunkenen, liebe SPD, liebe Grünen, ich danke für den Weg bis hierhin und freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lamber.